Sobald ich Minecraft wieder anfange, mir so eine Art Portale oder sowas bauen, dann werden wir immer mal in die anderen Welten switchen, dann werden wir mal zu Magic Mine rein switchen, dann werden wir mal zu, ähm, ne, auf den Server von dem Typen switchen und immer so weiter. Jetzt muss ich gucken, wie ich das weiter jetzt baue, weil das soll ja doch schon eine große Range werden. Range, Range. So, ich glaube es ist besser, wenn ich das so mache, dann. Dann kann ich ja immer noch, huch, hallo? Kann ich das immer noch so machen? So. Da brauche ich natürlich auch wieder, wo, äh, Erde. Jetzt muss ich noch gucken, wie das jetzt weitergeht. Wie groß mache ich denn das? Ich weiß es nicht. Lasst mich kurz schauen. Ich glaube, es ist sogar noch zu klein, wenn ich das so mache. Das soll ja hier... Moment, wo bin ich hier? Ja, das ist gut, wie man das abbaut. Das sieht gut aus. Echt, gefällt mir. Das soll ja hier lang gehen. Nee, so nicht. Und hier ungefähr soll das enden. Dann habe ich hier noch einen kleinen Weg zum Laufen. Kann mir noch irgendwas hinbasteln. Ja, und dann müsste das hier theoretisch wesentlich weiter hintergehen. Was allerdings auch mehr Terraforming beanspruchen würde. Und wie sogar auf keine Musik mehr hättet. Das finde ich doof. Option Musik und Geräusche. Das brauche ich eh nicht mehr. Ah, es fällt, komme ich gleich zurück. Ja, war klar. So. Dann nehme ich mir jetzt mal die vier, sechs, 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 Stöcker. Sechs, sechs, Stöcker. Nehme ich zwei solche. Ja, dann geht das hier lang. Und hier lang. Dann machen wir das halt hier lang, okay. Und dann sind das hier Büsche halt hier rausgucken, so aus der Erde. Ich fühle es einfach mal weiter nach hinten jetzt. Das kann ja nicht schlechter werden. So. Na ja, auch hier würde es durchgehen lassen oder noch? Wo bin ich da? So. So. Das sieht mir nach einem großen Terror aus. Genau. Dann muss hier das aber noch alles komplett weg. Ist aber kein Ding, weil die Erde kann ich dann gleich nehmen. So ein Ausbuddeln für die anderen Bereiche. Das ist alles kein Problem. Ich finde es überhaupt noch cool. Das ist doch cool. Müssen wir schauen, wo ich hier langkomme jetzt. Hier ist das. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das Ding bis zu der Reihe alles von mir wegmachen. Ich werde jetzt weg. Kein Problem. Wir haben es geschafft. Wenn es jetzt mehr Verfolgen werden sollte, als ich eigentlich für die zwei Folgen geplant hatte. Also, ihr seht schon, die zwei kommen auf jeden Fall raus diese Woche, obwohl ich sage, ich habe es kommt vielleicht nicht raus. Dann werde ich einfach mehrere Folgen machen. Und dann wird es einfach, wann ich halt mal Zeit habe zum Hochladen, wird es einfach mal hochgeladen. Ich hoffe, da kann sich jeder mit zurechtfinden, dass es einfach Folgen gibt. Aber dass die auf jeden Fall am Wochenende, wenn ich was übrig habe, auch noch hochgeladen werden. So, ähm, hmhm. So, dann geht das doch noch alles weg. Go, 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 schneller. So, ich brauche jetzt bin ich wesentlich schneller, aber ich hoffe, eigentlich nicht. So, habe ich... Boah, habe ich schon so viel Zeug wieder im Inventar? Anscheinend schon, aber ist kein Problem. Wir hauen einfach... Alles raus, und jetzt... Legen wir hier den Zaun. Setzen wir hier den Zaun. So... Ja, dann muss ich noch weiter rausgraben, das wird nichts. So, dann fliegt jetzt mal das hier weg. Und dann fliegt auch noch die Weizenkörner weg. Und diese Stelle hier hat es nie gegeben. 24 Steinkohle ist auch cool. Okay. Dann haben wir jetzt hier unsere Abgrenzung. Dann haue ich jetzt nicht hier dementsprechend alles weg. Oh, oh, ach, schreck mich nochmal so. Helzei. Moment. So. habe ich hier eine haltbarkeit effizient so gut es ist zwar keine glückshack aber ich brauche auch gerade nur die kohle und die levels sind auch ganz cool jetzt kommt hier nichts irgendwie ein gescheißer stöcke einmal machen so kohle fackeln so dann kann ich jetzt erstmal alles aus fackeln dass hier im bereich nichts mehr spawnen kann da fehlt noch was hier fehlt noch was da fehlt noch was hier so fehlt noch was hier drüben ist es noch recht dunkel und auch hier könnte man eine fackel mehr gebrauchen ja das sieht doch ganz ok aus so gut dann wurde ich mal weiter hier könnte man eventuell ja zumachen ruhe 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 das ist ja für eine rüstung schul so weiter geht's obwohl das würde mich nicht stören und ein so lange es mich nicht tötet und eine spinne und noch eine hexe die 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 Ich habe nichts Okay, komm, go, go, go Stirb Ich habe einen Redstone fallen lassen, du bist ja meine liebe Hexe Ähm, so Auch hier hätte ich gerne weniger, Zombies So Dann ist es glaube ich auch ganz gut, wenn ich hier oben ein bisschen ausleuchte Da bahnen sich schon wieder die ersten Zombies, Creeper und was weiß ich nicht alles heran Dann wird es hier eigentlich heller Es ist hier dunkler als da drüben, obwohl da weniger fackeln sind So 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 So